Hoffen wir mal, dass das weiterhin so gut läuft. Ach, da vorne hängt schon wieder dieses kleine Kackvieh rum. Einäugige Mini-Monster. Er liebt schon mal nicht so gut. Der Große ist wieder da. Er ist auch, na, versuchen an allem vorbei. Weg durch die Tür zu gehen. Nein. Wir sind da hinten rum. Wir sagen, wir gehen hier hinten vorbei. So, nochmal so ein Mini-Monster. Sehr gut. Nein. Haben wir den Schlüssel gefunden? Ah, okay. Den einen müssen wir wohl weg machen. Ah, verdammt. Was ist los? Ah. Ganz gesucht. Ah. Die Feile. Brennung. Ah. 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 jawohl sehr gut das war gut das kann ruhig so bleiben war das ja noch einer wir wollen hier lang kann ich umkehren ich muss hier lang das 1 zu weg was ist das denn sag doch botszeit habe ich mir doch richtig geraten hier ah verdammt das zahl ist man denn da das man ziehen hat so lange gedauert dann mache ich verdammt wenig schaden egal müssen weiter versuchen vielleicht kommen wir ja auch so dran vorbei direkt da klappt doch kurz gut das war ein lesser wie kumische gruppe hier oder Au Au Oh, nee Hint ja gut an Warum bist du so schwer Dump Wär das falsch gemacht Oder nicht gerade Aber den zweiten Boss Habe ich mich hier auch so schwer getan Und die Level komme ich immer ganz gut Aber die Bosse dann Die setzen einen immer zu Vielleicht bei dem Wasser Aber jetzt ganz praktisch Bei dem Blitz Aber ich habe nichts Da fängt schon gut an Blitz Amulette Haben wir ein paar Wasser Amulette Ja, da haben wir welche Aber der Bruder funktioniert Wow Hat ja noch mehr drauf Moment Das sind die Falschen Ja, hier Ach, erst muss ich da noch leeren Moment Ja, ich nehme kurz Wasser Amulette Nee, hier Entkräftungs-Talisman Dann haben wir hier Wasser-Talisman So Vorteil Den hier rausnehmen Gut Ach, ich denke jetzt alle Das hat Talisman Gut Gut Haben wir alles weiter versuchen Kann ich ja nicht Ich kenne ja nichts Deswegen habe ich mir Weiß ich auch nicht Ich hätte mir ja die ganzen Bosse angucken können Und dann Die Seite gehen Aber dann will ich auch nicht mehr spielen Dazu bleibt ich wieder nur mal die Axt aus Oder Speer Irgendwas Ja, größere Reichweite Mach mal Tür auf hier Hier rein 900 Schaden Ein Gift auch noch Das war knapp Puh Der hat eine Reichweite Das ist unglaublich Da ist Nein, nein Nein, nein, nein Wow Boah, verdammt, ich habe keine Ausnahme mehr. Boah. Scheiß 14, der überliegend ist. Nein, 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 nein. Aha. War schon besser, aber immer noch nicht gut genug. Auf ein neues, auf ein neues, auf ein neues, aufregen bringt ja gar nichts. Uh. Das scheiße ist ja noch nicht mal ein Boss, sonst wüschen gehe ich nach. Scheiße, scheiße, wüschen gehe ich nach. Nein, dass der da immer in derselben Position hocken muss und nicht warten muss. Das ist das Amt. Könnte meine Ausrüstung vielleicht leichter machen, vielleicht hilft das. Ja, ne, kann nicht helfen. Wahrscheinlich so stark gepolstert. Ich bin gut dran. Ja, noch viel mehr, der Sauhund. Ah, ich habe einen. Äh, die haben die auch gesammelt. Mit Schutzgeist. Wow. Wow. Noch ein Baum im Weg. Wow. Nein, ernst? Das war's. Das hat die Rolle jetzt nicht geklappt. Das war's. Ich weiß nicht, warum der mir so schwerfällt. Er hat schon viel Raum, muss man ja auch mal sagen. Ja, aber... Wie ist das nicht besser hin? Ich muss noch einen Grund haben. Ja, das war's. Ja. 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 Nein. Eine ganze Folge Bosskampf, aber lief mit der Axt schon deutlich besser Ich weiß gerade, ob ich noch was skillen soll, schnell mit der Axt, aber brauche ich das? Da kann ich eh nur einmal drauf fahren, ein bisschen Glück Zweimal und dann muss ich eh wieder davon Wieso hat er mich jetzt getroffen? Das will ich mal gerne wissen Level gemacht wie eben Ah, verdammt Alles ums Bäumchen herum Da kann er seine blöde Ausdauer aufhören Gesicht, Arschgesicht Wow, da konnte ich nicht ausbrechen Ich habe den meisten nur das erste Dritte Okay Ah, ich wusste, das war wieder in der Ecke. Das war mein letzter Heiltrag, jetzt muss alles klappen. Oh, Mann. Okay, ich glaube, das schaffe ich in der Folge gar nicht. Hat gar keinen Unterschied gemacht. Versuchen wir das Ganze nochmal mit dem Speer, wenn das dann auch nicht besser wird, dann weiß ich auch noch nicht, weiß ich auch noch nicht weiter. Oh nein. Muss ich eine andere Haltung benutzen? Und hier vielleicht. Natürlich, die kostet auch viel Ausdauer. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was soll ich sonst machen? Ich habe sonst auch gerade keine Idee. Wann es liegt. Seiten komme ich auch nicht weiter. Ah, ist die Ausdauerschnelle. Und hier, ja. Ja. Das war's. I'm taking that even. Aha! Was war das denn für'n Wurf? Ja, zuviel Ausdauer, das ist das Problem. Oh! Nein, 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 nein. Bis er einen Blitz benutzt hat. Ah, was da mache. Jetzt macht er den. Wow! Komm schon! Ah! Ja, wieder. Boah, in der Ecke hängen geblieben. Jetzt kommt das wieder. Nein! Nein! So trifft er mich jetzt. Jetzt kommt das wieder. Boah, da war ja gerade eben richtige Reichweite. Nein, 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 nicht jetzt. Boah, da war ja gerade ebenso. Boah, da war ja gerade. Boah, das war jetzt verdammt knapp, weil mir war die Ausdauer ausgegangen. Boah, da war ja gerade ebenso. Um mich gerade nicht ranzugehen irgendwie. Boah, da war ja gerade ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bude, ne? Sister Benefit, Richtung, nach. Das war ja gerade. Yo espelei. Es war ja gerade. See, is mir ganz jejum. Bezutange ich euch so bem Preord habe. Oh nein, ich habe noch keine Ahre direkt. Na na combat! Nein! Schwere Gebäude Mann, 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 da kam er nicht So schwer gewesen Da haben wir denn so tolles Neues Ja, nix tolles An Waffen Bromschützengewand, Plattenrüstung Echter und hat bessere Ausrüstung So ein bisschen doof aus X-Hair Können wir jetzt benutzen Die Fische ist besser Bei mehr Verteidigung, aber der hat ja viel mehr Statuseffekte Blitzfeuer, Glück, plus 13 Blitzbeeren Bleiben erstmal dabei Ich habe keine Heiltränke mehr Schutzgeist Talisman habe ich auch aufgebraucht Doch eines jungen Ninja Moment Talisman Hätte man Hätte ich benutzen So Der ist man immer schön lauer Wir haben Über 10.000 Amritas Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal